Andalusien, die südlichste autonome Region des spanischen Festlandes, grenzt nicht nur an zwei Kontinente, sondern auch an das Mittelmeer und den Atlantik. Wer das Glück hat dort zu sein, versteht, warum Andalusien zu den schönsten Landschaften Europas zählt. Es ist aufgrund des hervorragenden Klimas ganzjährig ein herrliches Reiseziel. Andalusien stand von allen spanischen Regionen am längsten unter arabischer Herrschaft. Römische und arabische Architektur, Renaissance und prachtvolles Barock haben hier ein reiches Erbe hinterlassen. Fast 800 Jahre herrschten die Mauren über Andalusien ein friedliches und sich gegenseitig befruchtendes Miteinander maurischer, jüdischer und christlicher Kultur, bis die katholischen Könige 1492 auch die letzte Bastion Granada zurückeroberten. Der Toro del Oro, eines der berühmtesten maurischen Bauwerke der Hauptstadt Sevilla, lässt den Einfluss dieses islamischen Volkes erahnen. Die Geschichte Spaniens und Andalusiens spiegelt sich auch in der Kathedrale von Sevilla. Sie gilt als zweitgrößte Kirche nach dem Petersdom und war ursprünglich eine Moschee. Die Kathedrale ist im gotischen Baustil errichtet und hier befindet sich auch das Grab des Amerika-Entdeckers Christoph Kolumbus. Nach der Wiedereroberung durch die christlichen Spanier ist Andalusien Ausgangspunkt für die Entdeckung und Eroberung der neuen Welt. Venga ustet manana. Kommen Sie morgen doch noch einmal. Dieser Satz ist Ausdruck der andalusischen Mentalität. Sie ist voller sinnlicher Lebensfreude, Spaß an Geselligkeit, genießerischer Freude an delikaten Tapas sowie einer Gemütsruhe und Gelassenheit, die gestresste Urlauber bald in die richtige Urlaubsnonne versetzt. Wegen ihrer 3000 Sonnenstunden im Jahr heißt die Costa del Sol nicht umsonst Sonnenküste. Hier an der südlichsten Mittelmeerküste ist schönes Wetter fast immer garantiert. Auch die Costa de la Luz, die Küstengrenze zu Portugal, ist ideal für einen Badeurlaub, den man mit kürzeren, eindrucksvollen Ausflügen ergänzen und abwechslungsreich gestalten kann. Das Klima in Andalusien ist mediterran. Die beste Reisezeit ist von April bis Juni und von September bis November. Andalusien, genießen Sie das einzigartige Lebensgefühl.